Hey, schön euch zu sehen. Ich bin Maxi und möchte euch gerne etwas zum erfahrungsorientierten und bildenden Sportunterricht zeigen. Kommt mal mit! Hallo und herzlich willkommen zu Sportdidaktik einfach erklärt. Zusammen blicken wir in den Schwimmunterricht von Frau Müller und beobachten Adem und Tina aus der Klasse 3c. In den letzten Wochen haben sich die SchülerInnen dieser Klasse im Sachunterricht zusammen mit ihrer Klassenlehrerin Frau Müller mit dem Thema Säugetiere unter Wasser beschäftigt. Dieses Thema vertieft Frau Müller fächerübergreifend in ihrer heutigen Schwimmstunde, indem die Kinder das Wissen aus dem Sachunterricht auf eine konkrete Bewegungsaufgabe zum Thema Atmung und Fortbewegung unter Wasser anwenden. Frau Müller hat für diese Stunde das Ziel, dass die Kinder während des Tauchens gezielt ihre Atmung unter Wasser steuern können. Aus Sicherheitsgründen findet die Einheit im Nichtschwimmerbecken statt. Für ihre Einheit entscheidet sich Frau Müller gegen eine klassische methodische Übungsreihe zum Tauchen. Stattdessen orientiert sie sich an dem fachdidektischen Konzept eines erfahrungsorientierten und bildenden Sportunterrichts nach Martin Giese. Dabei greift sie auf fünf Prinzipien zurück, die nicht nur eine Erweiterung der klassischen Vermittlungskonzepte, wie zum Beispiel das Sportartenkonzept, darstellen, sondern gleichzeitig auch kindgemäßer und subjektorientierter sind. Zunächst schafft sie eine authentische Situation, in unserem Fall das Atmen unter Wasser, was für die Kinder real und sinnhaft ist. Es kommt also zu einer Auseinandersetzung mit einem echten und relevanten Problem. Damit das Lernen des Tauchens so effektiv wie möglich ist und es nicht zur Überforderung der Lernenden kommt, teilt Frau Müller den Lernprozess in einzelne Teilaufgaben. Dabei ist es zentral, dass die elementaren Einheiten eines Bewegungsproblems erhalten bleiben. Man spricht in diesem Zusammenhang von der sinnerhaltenen Elementarisierung. Bevor also die einzelnen Bewegungsabfolgen der Arme und Beine gelernt werden, beginnt Frau Müller mit dem Aspekt der Atmung, welche beim Tauchen und Schwimmen eine wichtige Bedeutung hat. Nachdem die Kinder Vorübungen zum Sinken, zum Armzug sowie zum Gleiten durchgeführt und diese besprochen haben, lautet die Bewegungsaufgabe abschließend nun ganz konkret, stoßt euch vom Beckenrand ab und probiert, eine möglichst weite Strecke zu tauchen. Wie kommt ihr dabei mit eurer Luft am besten hin? Die SchülerInnen müssen nun anstrengende Schwimmbewegungen ausführen und mit der eingeatmeten Luft möglichst gut haushalten. Dazu ist es an dieser Stelle angebracht, mit den Lernenden zu erarbeiten, was beim Schwimmen unter Wasser anders gemacht werden muss als über Wasser. Der Stolperstein in dieser Aufgabe besteht darin, dass die Kinder trotz anstrengender Schwimmbewegungen mit ihrer eingeatmeten Luft möglichst lange auskommen, sodass das Tauchen einer langen Strecke gelingen kann. Zum einen erfahren die Lernenden also, dass das Schwimmen ohne Atme nicht möglich ist. Zum anderen sollen sie ein Bewusstsein dafür erlangen, dass sie unter Wasser mehr Armzüge benötigen als über Wasser und dass dabei das Gleiten eine wichtige Rolle spielt. Durch die klare Formulierung der Aufgabe schafft Frau Müller ein transparentes Handlungsziel und die SchülerInnen wissen genau, was sie zu tun haben und legen schon tatkräftig los. Die Kinder sind nun durch die Aufgabenorientierung gefordert, innerhalb eines vorgegebenen Rahmens individuelle Lösungen zu finden. Adem hat sich dazu entschieden, den Atem gänzlich anzuhalten, während Tina ihre Luft während des Tauchens sukzessive abatmet. Nachdem die Lernenden ihre Aufgabe bewältigt haben, ruft Frau Müller alle zum gegenseitigen Austausch am Beckenrand zusammen. Die Kinder dürfen nun von ihren Erfahrungen unter Wasser berichten. Tina, Adem und andere Kinder erklären einander, wie sie persönlich vorgegangen sind, wodurch voneinander gelernt werden kann. Die Lehrkraft initiiert somit eine Reflexionsleistung der Kinder. Es wird deutlich, dass die Schwimmenden auf unterschiedliche Art und Weise ganz individuell während des Tauchvorganges geatmet haben. Gemeinsam mit Frau Müller erarbeiten sie aufbauend auf diesen Erfahrungen und den Austausch darüber eine Ideallösung. Es hat sich herausgestellt, dass die effektivste Technik ist, die Luft möglichst lang anzuhalten und es dann sukzessive abzuatmen. In den folgenden Schwimmstunden kann Frau Müller das Erlernen einer effektiven Atmung und Fortbewegung unter Wasser nun gut weiter fortführen. Frau Müller hat mit der Methode des handlungs- und lösungsorientierten Unterrichts erreicht, die Lernenden zu eigenen Handlungen und Lösungsansätzen zu animieren. Auf diese Weise erleben die Kinder einen erfahrungsorientierten und bildenden Sport- bzw. Schwimmunterricht und erwerben gleichzeitig ein tieferes Verständnis über die erlernten motorischen Kompetenzen. Fassen wir zusammen, was eine Lehrkraft für die Gestaltung und Umsetzung eines erfahrungsorientierten und bildenden Sportunterrichts beachten muss. Zu erwähnen ist, dass sich solche Situationen nicht erzwingen lassen, jedoch können sie durch entsprechende Rahmenbedingungen inszeniert werden. Aus didaktischer Perspektive müssen für ein solches Unterrichtskonzept folgende Maßnahmen beachtet werden. Der erfahrungsorientierte und bildende Unterricht stellt die Autonomie der SchülerInnen in den Mittelpunkt. Der Vermittlungsprozess kennzeichnet sich dabei durch die Inszenierung authentischer Situationen, in denen Lernende auf relevante und echte Probleme stoßen aus. In unserem Beispiel hat Frau Müller mit Rückgriff auf den Sachunterricht eine authentische Situation geschaffen, in dem sie die Atmung und die Fortbewegung unter Wasser zum Thema gemacht hat. Sie hat transparente Handlungsziele aufgezeigt und danach gefragt, wie am besten unter Wasser geatmet und sich fortbewegt werden kann. Diese Handlungsziele können von den SchülerInnen selbstständig kontrolliert werden und fördern so neue Bewusstseinsstrukturen sowie damit verbundene funktionale Bewegungsausführungen. Um die Ziele zu erreichen, wurden Bewegungsaufgaben gestellt, bei denen die Kinder ihr kreatives Potenzial auf ein relevantes Problem fokussieren sollen. Durch das Fehlen vorgegebener Lösungswege in solchen Situationen müssen die Lernenden auf Basis eigener Vorerfahrungen selbstständig Antizipationen generieren. Zu beachten ist, dass nicht beliebige Lösungen entwickelt werden können, sondern die SchülerInnen am Ende der Stunde die idealtypische Bewegungslösung herausstellen. Der Lehrperson muss es gelingen, eine unterrichtliche Atmosphäre der konstruktiv-produktiven Verunsicherung bestehender Handlungsroutinen zu schaffen. Erst wenn die SchülerInnen in ihrem aktiven Handeln Differenzen wahrnehmen und ihnen das Handeln in der Ausführung irritierend vorkommt, kann Bildung stattfinden. In unserem Beispiel konnten wir das an der Übertragung der Atmung und der Fortbewegung vom Land aufs Wasser beobachten. Bei der Aufbereitung von geplanten Inhalten sollten Maßnahmen zur didaktischen Reduktion getroffen werden. Dies wird in diesem Kontext auch als sinnerhaltene Elementarisierung der Lerninhalte bezeichnet. Dabei geht es um die notwendige Vereinfachung des Unterrichtsgegenstands, ohne dabei die elementaren und sinngebenden Phasen eines Bewegungsproblems zu zerstören. Frau Müller hat in ihrer Einheit den Fokus auf die elementaren Erfahrungsbereiche, Atmung sowie Widerstand und Gleiten gelegt. Gesichert und unterstützt werden all diese Prozesse zusätzlich durch sprachliche Reflexionsanlässe. Diese Reflexionsphase hat Frau Müller mit dem Unterrichtsgespräch am Beckenrand geschaffen. In dieser Phase haben sich die Kinder über ihre individuellen Lösungen sowie Erfahrungen ausgetauscht und ideale Lösungen zur Atmung und Fortbewegung unter Wasser herauskristallisiert. So, und nun seid ihr an der Reihe, eine Situation bzw. Unterrichtseinheit anhand des vorgestellten Konzeptes zum erfahrungsorientierten und bildenden Unterricht zu gestalten. Viel Freude und Erfolg! Unterrichtseinheit